Hallo, ich bin der David. Ich arbeite bei der Fürst Alpine und bin als Vorarbeiter im Bereich Straßensicherheit tätig. Das coolste ist bei uns, dass wir die ganze Woche unterwegs sind, von Montag bis Freitag. Wir schlafen auch auswärts und wir sind in ganz Österreich tätig und ich finde es einfach cool, dass wir mit Stahl arbeiten. Hallo, ich bin der Lukas und ich bin Bauleiter im Bereich Straßensicherheit. Ich bin dafür verantwortlich, dass auf der Baustelle von Material bis zur Abnahme alles läuft. Ich bin stolz, dass ich mit meiner Arbeit die Straßensicherheit mache. Excellent. Honest. Innovative. Sustainable. Accountable. Customer-focused. Reliable. Collaborative. Fürst Alpine. One step ahead.